Kommen wir raus jetzt. Was haben wir gemacht? Freunde, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und ja, ich bin die Stimme aus dem Hintergrund und film den Phil. Und falls dich das interessiert, wie wir die Sketche machen, dann lass auf jeden Fall gerne ein Abo da als Support für den Kameramann. Und hier auf dem Kanal haben wir immer so ein bisschen das Ritual, dass zuerst der Sketch geschaut wird, damit keiner gespoilert wird. Vor allen Dingen bei diesem Video haben wir so einige Easter Eggs verbaut. Wenn ihr die gefunden habt, dann könnt ihr mal in die Kommentare die Zeiten schreiben. Aber genug Gelaber. Freunde, kommt zurück ins Video. Es geht jetzt los. Ich sehe schon ziemlich dumm aus Rindern. Ich habe da eigentlich so die Beine anzocken. Geil. Ist da echt der Vodka drin? Großmachsitz. Okay, gut. Gut gespielt, Alter. Sando nervt mich jetzt nicht, bitte. Boah, fuck. Ja. Aber wieso heute? Es ist erster, erster, die gerade. Neujahrs-Videos. Jeder am 1.1. Ja, genau. Ja, was macht man da? Schlafen? Jetzt klar. Schlafen. Ja. 20 Minuten und dann legen wir los, okay? Joga, wir haben Quality-Content auf ein nächstes Level gebracht. 20 Minuten. Mensch, hoch. Die Schlafen. Ja, ich war jetzt mit mir vor dem ersten. Bei mir werden ja nur so 60 Minuten vorgelegt. Ich habe ja die Cap auf meinen Kopf gelegt und dachte mir noch so, was für ein Genius-Move, weil ich kann ja drunter ja grinsen und die Augen auffahren. Das war aber auch gut, wenn ich da nicht sehen konnte. Ich habe auch noch nicht mal einen. Ah, da ist er. Oh, meine Freunde. Die zielgerichtet, Alter. Ne. Das ist so random. Geil. Ja, ist auch diese Geste jetzt. Das Bild hängt schon. Wie schmerzt das? Die Momente, wo man so seinen Beruf kurz hinterfragt. Finde ich gar nicht. Das habe ich damals bei der Berufsberatung angegeben. Ich möchte als Kakao durchs Bild laufen. Das ist schlimm. Das hätte ich nicht geschafft werden. Das ist witzig. Markus hat da kurz gebraucht. Ich versuche gerade klar zu kommen. Also, nee, Bruder. Wenn du jetzt noch mit dem weggerecken wärst. Ich war einfach noch so in den letzten 10 Minuten nicht so, fuck, warte mal, ist die Kamera eigentlich scharf gestellt?